Bei dem weltweiten Bauer sucht Frau Ableger ist Liebe nicht nur international, sondern kennt auch, was die Geschlechter angeht, keine Grenzen. Doch genau das stößt einigen Zuschauern übel auf, die mit ihren Kommentaren für Ablehnung im Netz sorgen. Homophobe Zuschauerkritik Nennt es gleich Bauer sucht Bauer Wie die Gesellschaft entwickeln sich auch die TV-Formate weiter. Zum Glück, längst ist es keine Besonderheit mehr, dass bei Bauer sucht Frau auch Hobbybauern, Landwirtinnen, homo- oder bisexuelle Kandidaten nach dem Menschen fürs Leben suchen. Und so sind von acht Bauer sucht Frau International Protagonisten zwei Homosexuell, Heiko, 46, und Johannes, 27, und eine weiblich, Katrin, 34. Einer der Kandidaten ist wegen eines Unfalls zudem körperlich eingeschränkt, Karl-Heinz, 66, ein weiterer ist Gärtner und kein herkömmlicher Bauer, Heiko. Doch die traditionelle Vorstellung, dass Bauer sucht Frau doch bitte schön männliche, heterosexuelle, hauptberufliche Bauern auf der Suche nach der Liebe begleiten soll, scheint immer noch in vielen Köpfen verankert zu sein. Nachdem nun auch der homosexuelle Pferdewirt Johannes in die Show eingestiegen ist, und beim Kennenlernen treffen vier attraktive Männer dated, beklagen sich einige User im auf dem offiziellen Bauer sucht Frau Instagram-Kanal, und äußern sich kritisch in teils homophoben Kommentaren. BSF wird langsam zur schwulen Kuppelshow. Warum wird überhaupt so etwas gesendet? Ist das normal? Die Typen sind langsam in der Mehrzahl. Nennt es gleich Bauer-Sucht-Bauer-Clown-Gesicht. Ich bin ja eigentlich offen, aber dieses Mal sind mir das zu viel Männer in Bauer sucht Frau. Und Bauern sind auch keine dabei. Gegenwind im Netz. Jeder Mensch hat ein Recht auf Liebe. Schämen Sie sich. Derlei Stimmen bekommen jedoch auch reichlich Gegenwind. So antworten die User darauf etwa. Wow, es gab in der ganzen Geschichte von BSF drei Schwule, Männer, und einen bisexuellen Mann. Also eine schwule Kuppelshow ist was anderes schulterzuckende Frau. Homophobie hat hier nichts zu suchen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Liebe. Schämen Sie sich. Andere wiederum sind schlichtweg begeistert von Johannes und seinem Start in die Staffel. Man spürt es richtig knistern. Aber eine Entscheidung kann ich leider nicht treffen. Nur Vermutung. Der Herr mit dem Pelzkragenfeuer tolle Burschen, allesamt. Eine Hand voll Hand mit gespreizten Fingern, mitteldunkle Hautfarbe, Jungs, und nach rechts weiß in der Zeigefinger, mitteldunkle Hautfarbe, alle Fünfe. Johannes entscheidet sich für drei Männer. Am Ende entscheidet sich der attraktive Niederösterreicher für Florian, Connor und Flo, die er allesamt mit zur Hofwoche nimmt. Von Jan muss er sich verabschieden. Wir sind gespannt, ob der Pferdewirt den Mann findet, bei dem es einfach Bäm macht. Wir sind gespannt, ob der Pferdewirt der Pferdewirt geht. Wir sind gespannt, ob der Pferdewirt hat. Vielen Dank.